So, eine neue Folge mit Portal Core, mit Werwolf. So, was brauchen wir denn heute? Wir spielen Portal. Ja, so, ähm, ja. Los geht's. Oh, oh lol. Okay. Mami! Mami, da oben. Mami, ja. Okay. Und nicht, nicht Obe Springer, oder? Doch. Du bleibst, beziehungsweise du springst Obe. Oh. Immer muss ich Obe Springer. Und jetzt warte kurz. Was ist denn da drin, warte? Gibt's ein Würfel oder irgendwie sowas? Da gibt's gar nix, so ist einfach bloß das Ende. Ach, du musst da unten hier sitzen. Da, warte, wo ist ein F, da? Da gegenüber. Da, warte. Dunkelblaus. Genau. Yeah. Jetzt schwebt man da eine. Ja, nochmal. Nein, ich bin immer geschwebt. Okay. Yay, okay. Okay. mit so richtig abgehackte bewegungen haben so roboter mäßig cool das hätte der versunken er auch wirklich so hat nämlich der walter dreimal hintereinander gemacht und was er hat drei mal hintereinander der reine gesprungen du bist so langweilig wird es jetzt drei mal hintereinander jetzt kann man auch eine was sie nicht tun naja wo muss ich nicht mehr da sind wir so hoch nun naja na 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 ok weggdur da ist ein Button ich presse den Button und da kommt ein Ball aus ok das war jetzt dumm da runter zum gehen das bringt gar nichts weil man mir hallo eben ja chill kurz weiter noch und jetzt gehst du machst du da schmeißt du den bohren durch wo wie geht es mir so in das gehen ach na moment mal doch so ich glaube der hätte eher da rauf hin müssen ich habe ja noch einen jetzt ist er da vorne jetzt musst du ja passt schon und jetzt springst ich will mir ganz kurz wo muss denn der eigentlich hin also es muss einer da her und einer ja passt schon geh ober das passt schon geh ober also gehe ich eher durch und dann setzt dein portal da wieder her und auf der anderen seite ach auf der anderen seite gibt es auch was ok m genau genau gehen wir durch na 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 der ist nicht ganz richtig bisschen dürfe sitzt das glaube ein bisschen dürfe geht nicht ich maximal dürfe und diese jetzt 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 es packt ein wenig aber alles geht das klang das klang komm schooon yeeeey hallo kratzeis hmmm 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 Chocolat Chauhature yeah cool cool oh cool hui Lukas, druck my top bitte oh haha ha 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 ja 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 erst wir haben sie die ausgefahren die was 8 du musst ja ja ich verstehe schon immer ist du einnehmen und ausprobieren du stirbst aber fast die Idee war schon nicht schlecht ok sie erscheint aber trotzdem auf jeden fall muss man durch den gehen und dann durch den und dann wird man der druck kippen dringend ja auch aber doch setzt er die blau so her der dunkel blau aus und dann setze ich meins da her und na du setzt deins da her dein dunkelblaues und du hättest auf dem knopf stehen müssen ok dann hätte es funktioniert nur mal von vorn blau da her warten warten setzt um boom plopp genau sechst du das? na und jetzt was wir gleich machen hätten können war den komischen wirf wieder aufgestellen wenn ich nicht da eingesprungen war muss man nicht alles zweimal nummer machen sonst hätten wir es nur einmal nummer machen müssen genau tja das ist dann der preis der ja warte noch nicht nein 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 und umsetzen ja wie machst du das? mit tausend Lukas ja mit kuh ja mit kuh ja hm so cool ok gelangt na hui ok ok mach mal so ja PEENN PUSCH h PUSCH Irgendwas mit bulletproof dann verschwindet und ohne stähen sehr aber auch übrigens mit 7 Prozent 75 Prozent der Wahrscheinlichkeit weil die Besserbindung ja so wird so viel wird Prozent der Zwischenrundermäu guck mal ja ja vorfalleffekt komm schon wie war das ich muss irgendwie dreimal gewinnen oder sowas und dann kriege ich achievement ich hätte es gemeint ja beide verloren ja cool ja wahrscheinlich dreimal hintereinander ich habe gerade den Arsch von meinem gesehen okay ist doch ein schöner Anblick oder? ja man hat einfach gesehen, der hat wenig Rundungen also, du weißt schon so, jetzt sind wir bei 12 Minuten ungefähr ich würde sagen für eine kurze Folge reicht das und dafür, dass jeden Tag eine Folge kommt, zumindest bei mir ja, so muss schon und das nächste Level schaut ziemlich anstrengend aus ich war gerade mit der Reassembling-Machin und GLaDOS spricht wir alle agree okay, ich gebe jetzt nur so eine kleine Sneak Preview Preview von dem nächsten Level so das erwartet euch ganz, ganz wichtig ganz, ganz wichtig ich wollte echt der eine Hupf, aber irgendwann hat das nicht funktioniert oh okay, also dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal